Im letzten Video habe ich ja gesagt, so wie es wird mit Minecraft, da war ich einfach so ungeplant, ja. Im Videospiel gibt es Neusturz, wisst ihr glaube ich? Ja. Und ihr wisst glaube ich auch, ich würde es euch sagen, mein Online spackt. Er spackt einfach. Und mein Haus spackt fast immer noch. Das sind uns leider offline zu spielen. Aber hoffentlich ist das nicht so schlimm. Ja. Dann fangen wir mal an. Man näht das ja endlich. Okay. Yay, yay, endlich. Ein Kübis. Ich seh lieber aus, das nervt. Das nervt übelst. Boah, ich hab unsere Husten, naja. Feinliche irgendwo mit Schweinen. Boah. Recher. Oh, das war doch noch Schweine. Noch drei Schweine. Was war das denn gerade, Speicherplatz weg oder wie? Guck, ich hab doch, das hat sogar immer noch mein Wildcraft. Ja. 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 Ich hab ganz vergessen Holz abzubauen. Obwohl man das gleich vergessen kann. Ihr denkt bestimmt, meine Stimme ist so komisch, aber ich bin ein ganz bisschen krank. Oh Gott. Boah, das würde reichen. Das reicht dem Bild. Ja, das reicht. So, dann mach ich jetzt da die Walking Ranch hin. Ja. Ich mach das mal so ne schöne Spitzsache. Ja. 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 Ich bin lieber noch so unverplant. Boah, schon gekocht. Ich mach das noch. Mach ich das schon in die Krampfe? So. So. Ja. Nein, ich kann auch, Alter. Alter, bin ich so blind? Ja, ich glaube schon. Hätte ich jetzt online, hätte ich, glaube ich, mit euch Bettwurst gezockt. Also, wäre man online nicht gespackt? Ja. Ja, sonst würde ich online mit euch gehen. Sonst hätte ich Bettwurst mit euch gehen, vielleicht auch Endergames oder Sturz oder sonst was. Oh, shit. 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 Ben ja, sonst. Stein Kohler. Da muss ich unbedingt in. Oh, min下 hat das... Ey, wo kann? Hey, kann man ja nicht abschneiden? Okay, ich mach jetzt einfach so. Achso, jetzt mach ich bestimmt den Stein runter. Oh, ja. Ah. Das war auch die Reize. Ja. Ja ähm Leute, ich würde sagen das war's mit dem kleinen Video, tschö, mit üben.